21 januar 2020 blumiere rubra nehmen wir jetzt mal den zweiten steckling dazu schauen wir wo das scharfe messer haben wir hier ein brett und schauen wir wo hier der neue zuwachs im grün oder braune zuwachs ist schneiden den dann ganz gerade hier ab mit dem längen passen können das natürlich nach messen lang das ist mit dem messer das ganz genau wollen wissen ist das bei diesem hier kommt der schnitt hier zwar das sind symmetrisch aus da haben wir einen schönen steckling nach weiter oben machen dass wir schön symmetrisch sind ich mache mal den schnitt hier plumeria rubra hier machen wir den schnitt wichtig ist sauberes messer und gerade schnitt so gleich ist er durch runtergeflogen in den schnee hier ja und ja 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 Vielen Dank.